Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Frankfurter Börse. Meine Gäste sind heute der Gründer Marvin Steinberg und der CEO Maximilian Schmidt vom Unternehmen CPI Technologies, einem IT-Blockchain-Unternehmen, das weltweit führend ist in seinem Bereich. Schön, dass Sie beide da sind. Wir wollen Sie natürlich auch gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Was haben Sie denn vor CPI Tech gemacht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, schön hier zu sein. Also ich war über zehn Jahre sehr erfolgreich in der Energiebranche tätig, habe in der Zeit über 15.000 Vertriebspartner aufgebaut und mehr als eine Million Energielieferverträge verkauft und habe 2016 meine eigene Distribution gegründet und meinen eigenen Energieversorger. Und das haben wir innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich hochgezogen, dass wir das für mehrere Millionen Euro an Just an Energy Group verkaufen konnten. Ja und 2014 habe ich mich mit dem Thema Blockchain und Bitcoin genau auseinander gesetzt und habe dann selbst auch mein erstes Investment getätigt, was sich, wie Sie sicherlich denken können, sehr gelohnt hat. Und dann ja, habe ich diesen jungen Mann kennengelernt, der mir auch alles mal aus der technischen Sicht mal perfekt erklären konnte, weil ich denke halt wirklich im Vertrieb, in Marketing und... Heißt das, Sie sind der Technik Nerd dahinter? Kann man so sehen, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich mit IT-Programmierung bin ich groß geworden. Ich habe meinen ersten Computer mit sechs Jahren bekommen, habe das Programmieren mit acht Jahren begonnen und bin da sozusagen reingeboren. War immer so meine Passion einfach, für die ich lebe. Ich habe dann während dem Studium das erste Mal von der Blockchain-Technologie, von Bitcoin und dann auch irgendwann von Ethereum gehört und war da von Anfang an sehr begeistert von, erstmal von dem technischen Aufbau natürlich, von der dezentralen Denkweise, die da dahinter steckt, aber auch von den Möglichkeiten, die sich für die Finanzindustrie und allgemein für die Wirtschaft ergeben. Und habe dann direkt auch nach meinem Studium, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, Marvin Steinberg kennengelernt. Wir haben uns von Anfang an super verstanden und haben gemerkt, dass die Kombination von Marketing und IT sehr schnell zum Erfolg führt. Und dann ging es ja eigentlich auch schon richtig los und Sie sind ja schnell durchgestartet, gerade im Thema Blockchain. Für Ihre Kunden haben Sie dann über 250 Millionen durch ICOs und STOs eingesammelt. Wie ist denn da das Erfolgsrezept? Ja, hier, Maximilian Schmidt hat es eben gesagt, die Kombination zwischen Marketing, Vertrieb und IT. Ich kann das geilste Marketing machen, aber wenn die IT nicht skalierbar ist und funktioniert, dann bringt das natürlich nichts. Und natürlich, wir haben ja über die Jahre unser Netzwerk aufgebaut, wo Firmen uns vertrauen, weil wir immer loyal waren. Und das Timing war natürlich auch besonders gut. Wir waren 2016 die ersten, die ICOs aufgebaut haben. So wie jetzt das Timing ist, eher ein STO aufzubauen. So sind wir quasi immer federführend und beobachten den Markt ganz genau, was halt eben der nächste Trend ist. Es gibt ja schon viele Firmen, die sich so in dieser Blockchain-Industrie tummeln. Was unterscheidet Sie denn von den anderen? Eben diese Kombination, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, unterscheidet uns sehr stark von vielen anderen IT-Firmen. Viele haben sehr gutes technisches Know-how, haben super Ideen, aber es fehlt dann einfach an der Vermarktung dieser Ideen. Man kann die beste Idee, die beste IT haben, aber wenn letzten Endes das Geld, was man reinstecken muss in die IT, so hoch ist, dass der Ertrag das Ganze nicht mehr rechtfertigt, dann bringt das beste Produkt nichts. Und so positionieren wir zwei uns hier in diesem Segment, dass wir sagen, wir machen IT, aber wir schauen von Anfang an auch darauf, dass sie sich auch gut verkaufen lässt. Dass wenn da 10.000 Leute draufgehen, dass man mindestens 1.000 Leute von denen auch zu bezahlenden Benutzern werden. Und das ist so unser Leitsatz in unserer gesamten Software, in unseren gesamten Projekten, dass sowohl IT als auch der Verkauf stimmen muss. Und die Firmen, die uns eben beauftragen, die müssen sich jetzt nicht mit dem IT-Prozess oder mit dem Marketing-Prozess auseinandersetzen. Wir sind da die absoluten Experten. Die Unternehmen, die uns beauftragen, halten STO oder ICO durchzuführen, können sich zurücklehnen, können sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren. Wir wissen ganz genau, worauf es ankommt, dass das Unternehmen erfolgreich Geld einsammelt. Jetzt haben wir öfter jetzt schon von Technik gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es unheimlich kompliziert ist. Naja, was heißt unheimlich kompliziert? Das ist eine neue Technologie. Das ist alles nicht mehr vergleichbar mit dem zentralen Denken, sage ich mal. Wenn zum Beispiel einmal auf der Blockchain etwas veröffentlicht ist, dann ist es eben so. Das heißt, man darf davor einfach nicht riskieren, dass irgendwelche Fehler passieren, was ein gewisses Maß der Genauigkeit erfordert. Neben da liegt auch unsere Stärke. Wir haben da ein sehr, sehr gutes IT-Team aufgebaut in den letzten Jahren mit Experten jeweils auf ihrem Gebiet, die eben dafür sorgen, dass unsere Software funktioniert, indem wir zum Beispiel eine saubere doppelte Buchhaltung in unsere Software einführen, die auch die rechtliche Komponente da abdeckt. Aber eben auch Blockchain war, gerade als wir angefangen haben, etwas sehr Neues. Etwas, was auch manchmal etwas undurchsichtig war und natürlich auch in sich selbst nicht immer perfekt und durchaus auch mal Fehler hatte. Da haben wir durch sehr viel Fleißarbeit, sage ich mal, geschafft, jetzt ein sehr sauberes System aufzubauen, was super funktioniert, was jetzt auch bei vielen Kunden schon im Einsatz ist und was wir jetzt durch unsere zukünftigen Projekte und auch neue Plattformen auf die nächste Ebene heben werden. Sie sagen, Sie haben ja verschiedene Krypto-Exchanges aufgebaut, die eben sehr erfolgreich da auch funktionieren. Wie sieht denn da die Zukunft aus? Was für Pläne haben Sie da? Wie Sie sagen, wir haben verschiedene Exchanges jetzt schon laufen, werden auch jetzt noch einige in der nächsten Zeit starten. Aber wir haben, wie Marvin es gerade eben schon angesprochen hat, schon vor einiger Zeit den Trend in Richtung STO, Richtung Security Tokens erkannt und dass die Tokenisierung von Assets auf jeden Fall hier in der Blockchain-Industrie bzw. was das finanzielle angeht, auf jeden Fall eine sehr große Rolle spielen wird. Darauf aufbauend haben wir jetzt mit unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben, durch das Einsammeln von Geldern in ICOs für unsere Kunden und durch das Anbieten von Krypto-Exchange-Plattformen ein neues Produkt kreiert, was wir auch in zwei bis drei Monaten veröffentlichen werden. Erstmal nur für exklusive Partner, wo es darum geht, kryptonisierte bzw. tokenisierte Assets anzubieten, um dafür in der ersten Phase Geld einzusammeln, in der zweiten Phase sie zu handeln auf dieser Plattform und auch wirklich die Investoren durch Abstimmungen auf der Blockchain in Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Wir haben da uns sehr viele clevere Features ausgedacht, auch mit unserem großartigen IT-Team und werden da auch demnächst mehr Infos bekannt geben. Auf jeden Fall, wir sehen den Trend hin zur Tokenisierung von Assets und haben uns da jetzt schon die letzten Monate darauf vorbereitet, um da auch der Marktführer sein zu können. Sie sagen ja ganz klar ICOs, das ist nicht mehr zeitgemäß, jetzt sind STOs ganz in. Was genau steckt dahinter? Ja, ein STO durchzuführen ist aktuell der absolute Trend, um Geld einzusammeln und hier ist halt eben auch spannend, dass der Investor natürlich auch geschützt wird, weil die Unternehmen sind ja reguliert und die können dann nicht einfach mit dem Geld abhauen, was bei halt leider bei vielen ICOs auch passiert ist. Oder am Anfang haben die eine gute Idee, dann klingelt die Kasse, können alles umsetzen, können die Welt erobern und plötzlich, naja, entwickelt sich das oft in eine andere Richtung. Deswegen haben wir uns komplett spezialisiert auf STOs, wo der Kunde oder Investor halt eben eine absolute Sicherheit hat. Und ja, jetzt kommen halt auch Unternehmen auf uns zu, die sehr, sehr erfolgreich sind aus dem Finanzbereich und sagen, komm, lass uns hier mal 30, 40 Millionen einsammeln und ja, da helfen wir den Unternehmen natürlich. Also wieder ein neuer Trend, sehr interessant. Danke Ihnen, Marvin Steinberg, der Gründer und Maximilian Schmidt, der CEO von CPI Technologies. Danke, dass Sie hier an der Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.